Vier österreichische Teams sind europäisch vertreten, das Transferkarussell dreht sich weiter und der Vienna City Marathon wird stattfinden. Das sind Ihre Themen und damit herzlich willkommen aus dem KRONE TV Sportstudio. Am gestrigen Abend haben drei österreichische Teams um den Verbleib im europäischen Geschäft gekämpft. Bei Rapid war nach dem 3 zu 0 Hinspielerfolg in Hütteldorf alles angerichtet. Auch im Rückspiel geben sich die Grün-Weißen keine Blöße und landen einen 2 zu 3 Auswärtserfolg. Neuzugang Marco Grüll zeigt sich derzeit in absolut bestechender Form. Er wird von Taxi Funters auf die Reise geschickt und stellt in der zehnten Minute schon auf 0 zu 1. Teamkollege Leo Greimel darf nur wenige Minuten später über das 0 zu 2 nach einer Ecke jubeln. Die Ukrainer verkürzen zwischenzeitlich, Taxi Funter stellt aber in Minute 68 den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Soja Luhans kommt noch einmal ran, in der Schlussphase kann sich dann auch noch Rapidkeeper Paul Gartler auszeichnen, der einen Strafstoß pariert und somit den Auswärtssieg festhält. In der Gruppenphase warten jetzt attraktive Gegner. Die Hütteldorfer müssen gegen Dynamo Zagreb, Schenk und West Ham United ran. Und auch für Sturm Graz geht die europäische Reise weiter. Das Team von Christian Ilzer zeigt im Rückspiel gegen Murer eine konzentrierte und vor allem dominante Leistung. Mit 2 zu 0 setzen sich die Grazer gegen das slowenische Team durch. Der Georgier Ota Kitesvili bringt die Blackies mit einem abgefälschten Fernschuss kurz vor der Halbzeit in Front. Zu diesem Zeitpunkt sind nach dem 3 zu 1 Hinspiel-Sieg alle Zweifel beseitigt, ob Sturm in die Gruppenphase der Europa League einzieht. Jakob Jantscher liefert im zweiten Abschnitt noch einen Vorgeschmack auf das, was in dieser Saison noch folgen könnte. In der 66. Minute stellt der 32-Jährige seine Beidbeinigkeit unter Beweis und setzt den Schlusspunkt. Ähnlich wie Rapid bekommt es auch Sturm im weiteren Verlauf des Wettbewerbs mit absoluten Spitzenmannschaften zu tun. AS Monaco, PSV Eindhoven und Real Sociedad warten in der Gruppenphase. Neben Rapid und Sturm verbleibt auch der Lask im europäischen Geschäft. Nach dem 1 zu 1 Remis zu Hause gegen St. Johnstone mussten die Linzer aber deutlich mehr investieren. Lange Zeit deutet zumindest das Zwischenergebnis auf eine Verlängerung hin. Hussein Balic erlöst die Linzer dann aber mit dem Führungstreffer. Im Anschluss schwächen sich die Hausherren selbst und zwar doppelt. Damit hat der Lask in den Schlussminuten zwei Spieler mehr auf dem Platz. Ein zurechtgegebener Strafstoß führt dann zur Vorentscheidung. Marco Raguz stellt auf 2 zu 0 und erzielt seinen ersten Treffer nach seinem Kreuzbandriss. Im neu konzipierten europäischen Drittwettbewerb bekommen es die Linzer mit Makabi Tel Aviv, Alaskert und HJK Helsinki zu tun. Bereits seit gestern wissen wir, mit wem es Red Bull Salzburg in der Gruppenphase der UEFA Champions League zu tun bekommt. Nach der dritten überstandenen Qualifikation in der Königsklasse in Serie ist man in der Mozartstadt überglücklich und Sportdirektor Christoph Freund bewertet die Gruppe seiner Mannschaft. Es sind jetzt nicht ganz die großen Namen dabei, aber es ist der französische Meister, der aktuelle Sevilla, glaube ich, braucht man nicht viel sagen, eine absolute internationale Topmannschaft, die jedes Jahr in der Champions League oder in der Europa League für Furore sorgt und mit Wolfsburg ein sehr, sehr starker deutscher Bundesligist. Ich glaube, dass eine Gruppe sehr interessant sein wird, wo viel möglich sein wird, aber die Mannschaften sind natürlich schon sehr, sehr stark. Mitte September steigt dann das erste Gruppenspiel für die Salzburger. Der Gegner steht jetzt noch nicht fest. Das Transferkarussell dreht sich weiterhin und zwei absolute Spitzenspieler stehen unmittelbar davor, transferiert zu werden. Cristiano Ronaldo soll einem italienischen Journalisten zufolge Juventus definitiv verlassen. Schon am Donnerstag war die Rede von einer Einigung mit Manchester City. Juve wartet nur noch auf das Angebot der Citizens. Spekuliert wurde auch über einen Wechsel zu Paris Saint-Germain, aber Präsident Nasser Al-Khelaifi versichert im Rahmen der Champions-League-Auslosung, dass es nie einen Kontakt gegeben hätte. PSG-Star Kylian Mbappé wird allerdings schon seit einigen Tagen mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Ein aufgebessertes Angebot könnte jetzt entscheidend sein. 170 Millionen Euro sollen die Königlichen für den Weltmeister von 2018 hinblättern. Und für alle Laufbegeisterten gibt es auch noch eine positive Nachricht zum Abschluss. Der Vienna City-Marathon hat grünes Licht bekommen und wird am 12. September über die Bühne gehen. In den vergangenen Wochen hat man ein 110-seitiges Covid-Präventionskonzept erstellt. Letztendlich wurde es in allen Punkten genehmigt. Der Kernpunkt des Konzepts besteht darin, dass alle Läufer einen aktuellen negativen Covid-Test vorweisen müssen. Der Vienna City-Marathon geht zum ersten Mal seit 2019 über die Bühne. Aufgrund von Corona ist er in diesem Jahr vom Frühling in den Herbst verschoben worden. Das waren die wichtigsten Sportnachrichten des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen ein ereignisreiches, sportliches Wochenende und freue mich, wenn Sie am Montag wieder einschalten. Bis dann!